Wenn wir in die große Stadt kommen, in diesen Gebäuden, da findet man ja auch Gillies. In diesen, die man auch bei gegenüber von Czerno hat, im Hospital. Ja, ja, ich weiß, welche du meinst. Ja, die gibt's ja hier auch. Die gibt's ja hier zuhauf. Ihr wollt einer Straße hier linkslängs, oder was? Ja, ich überlege gerade. Sie können hier auch durchgehen. Der andere Berg ist ja hier weg. Ich gehe den Berg hoch. Da wollen wir nicht hochklettern. Ja, kannst du auch machen. Ja, ich gehe hoch, also weil... Ja, weil da kommt jetzt nochmal eine Linkskurve. Alle, wir sind ja schon da. Jetzt kommt nur die Linkskurve, dann kommt noch eine Rechtskurve, dann müssen wir sowieso... Ja, dann lasst über den Berg gehen. Lasst uns über den Berg gehen. Rennt mal bitte nicht immer so schnell vor. Wo bist du denn? Ja, das meine ich nämlich. Ich gucke nämlich gerade auf die Map, deswegen. Und dann rennt ihr immer schon weg und dann bin ich ungedeckt halt, alleine. Ich warte auf dich. Stichlasser Schweine, ihr. Mit euch spiele ich nie wieder verstecken. So, weiter. Weil wir uns so gut verstecken, oder was? Ja, Mann. Meine Mama sagt, ich darf nicht mit euch spielen. Gott, das war früher bei mir noch so, wo ich jung war. Meine Mama hat gesagt, ich darf nicht mit dir spielen. Wir spielen trotzdem zusammen. Okay. Die wissen das ja nicht. Doch, da fing das Gelüge schon an. Siehst du? Ich war ein schlimmes Kind. Echt, so gemein. Kein Wunder, dass ich kein Wunschkind war. Hier ist ein Checkpoint. Hier ist es wahrscheinlich auf der Map, dieser Checkpoint-Zur. Also wenn ich jetzt auf die Map gucke, das ist Checkpoint-Zur und rechts ist halt die Antenne. Also die Straße entlang ist diese... Bei der Antenne sind auch, oder bei dem Turm sind auch noch Baracken. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich... Also ich brauche keine Waffe. Ich habe eine M16, die reicht mir erstmal. Ist schon klar, aber da können große Rucksäcke auch drin spawnen. Weißt du, ne? Ja, wollen wir dich lieber in die Stadt... Nee, lass mal in die Stadt. Ich habe keinen Bock auf diese enge Kacke mit den ganzen Zombies und so. Hier, guck mal, bei dem Kleinen Haus, dieser eine Durchgang, bei dem Kleinen Haus da, das spawnen auf jeden Fall, wenn wir rangehen, eine Menge Zombies. Ja, sechs Stück. Bei dem anderen hinten, rechts ist es frei. Das spawnen die dann erst weiter hinten bei den Baracken. Und links weiter sehe ich gar nicht großartig was. Also ich bin schon mal runtergeladen. Da müssen wir die Straße durchstehen. Lass mal lieber links weiter. Ja, lass links weiter gehen. Hast bestimmt auch noch was. Ja, ja. Weil ich will lieber in die Stadt schön, in große Stadt rein. Bloß, ich bin halt immer nicht so ein Fan von Hauptstraßen. Ja, ich auch nicht. Gerade wenn viele Fahrzeuge unterwegs sind, ist das halt echt doof, wenn dann plötzlich ein Auto ankommt. Obwohl. Wieso? AS50. Hast du ja gesehen, hast du ja gesehen was? Ich wollte gerade sagen, wir haben ja eine AS50. Das ist ja... Da vorne läuft ja, der alte Wichser. Oh, ist das herrlich hier. Ey, Lingua Island ist so geil, Mann. Jo, ich sehe ein Auto. Ich sehe ein Auto. Kommt. Fertig. Bewegung. Ne, 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 steht. I don't see it. Steht. Seht ihr in die Richtung, in die ich gucke? Ja. Vorne rechts hat das Ding auf jeden Fall einen Reifen. Vorne links kann ich gerade nicht sehen. Vorne links glaube ich auch. Soll ich mal hingehen? Ne, du nicht. Warte mal, du nicht. Du scoutest. Na, dann ihr. Warte mal, ich will erstmal scouten, ob ich das sehe. Ja, lot's mich mal. Ja, warte mal, ich gucke, wo du bist. Ja, jetzt, da wo ich hingucke. Ne, links, links, links. Genau. Oh, hier ist ein Schaf. Lass es, das sind nur... Weiter. Zwei Dings, Alter. Über die Straße, genau. Wie bei der... Ah, links ist eine Kuh. Ne, Schafen bringt... Drei, glaube ich, nur. Fünf. Jetzt leicht nach rechts. Fünf Grad nach rechts. Ah, das waren zu viele Grad. Aber egal, lauf mal da weiter. Siehst du links so ein Haus stehen? Holy shit, das Auto da hinten? Ja, klar. Das zwischen zwei Häusern steht? Ja. Holy fuck. Das sieht aber heiler aus von hier, Alter. Ja, von hier eben auch. Und da sind keine Zombies? Wenn ich ranzoome, sieht's echt gut aus. Also ich sehe auch keine Zombies in der Nähe da. Wisst ihr was ganz Tolles? Hä? Da ist Wasser dazwischen. Nein. Das sehe ich nicht. Sorry. Nee, nee, das ist hier. Ja, weil es geht ja den Berg runter ein bisschen. Ach du Scheiße. Dann müssen wir auf die andere Hände der Seite. Jetzt sind da Zombies gespawnt. Oh ja, das... Oh, ich werde beschaffen. Links, links, oben, links, oben. Hier oben, hier oben am Berg. Ich bin tot. Oh, was bin ich auch... Seid ruhig, seid ruhig, seid ruhig. Hier oben am Berg. Hier oben am Berg in your back. Ja, ich habe ihn gehört von links. Aber er muss nah sein, ne? Er war laut. Ja, er war richtig nah. DMR. Ja, ja, das ist eine DMR. Wartet, 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 wartet. Nicht so schnell dahin rennen. In your back, warte. Ich bin hinter dir. Jo, ich habe ihn. Ich sehe ihn. Wo ist er? Wo ist er? Da unten läuft er. Ja, ich sehe ihn. Ja, warte, bis er bei meiner Leife ist. Der hat euch bestimmt nicht gesehen. Jo, ist down. Ist tot? Glaube ich. Ja, war eine Message zu sehen? Ich habe gerade keine Message gesehen in der Lobby. Nein, keine Kill Message. Warte. Lots mich ein bisschen. Warte, er ist genau in die Richtung, in die du läufst. Ja, ja, weiß ich. Drück mal P. Drück mal P-Brief. Ja, ist irgendeiner in der Lobby? Weil ich sehe ihn nicht mehr. Ich habe gerade Ladescreen. Ach so, okay. Wenn der Hurensohn sich ausgelockt hat, ne? Warte, ich bin auf P. Chanseyboy ist in der Lobby. Aber der gehört zu uns. Oder nicht? Chanseyboy. Der war auch eben schon in der Lobby. Ja, da hat sich noch keiner ausgelockt. Geh mal rechts rum. Wechsel auf die Handfeuerwaffe. Soll ich jetzt einfach über die Straße gehen? Er war Richtung Schaf. Ja, Richtung Schaf. Hinterm Schaf. Er hat bestimmt das Auto auch gesehen gehabt. Der Hurensohn. Ja. Ich bin jetzt vor dem Schaf. Geh mal links oben auf den Berg. Guck mal links oben vom Berg runter. Ich bin jetzt vor dem Schaf. Ja, warte. Du bist zu schnell. Ich muss erst mal meine Position wechseln. Goddammit. Ich lege mich hin. Ich schleiche ganz langsam vor. Ganz langsam. Ja, ja. Mann, jetzt hänge ich dir ein bisschen fest. Ich bin vor dem Schaf, Mann. Scheiße. Mann, beeil dich einfach. Ja, wenn du schreist, rennt er trotzdem nicht. Geh, gib Gas. So, ich sehe dich jetzt. Ich habe dich im Visier. Ja, hast du ihn auch da irgendwo da vorne? Null. Ich sehe nichts. Ich sehe das Schaf und dich. Da ist gar keiner, oder was? Nee. Dann hat der Hurensohn alter F4 gedrückt. Dieses Nottenkind, Alter. Dieses verfickte Nottenkind, ey. Boah, so eine Leute hasse ich auf den Tod, Alter. Das heißt, ich kann jetzt sicher rangehen, ne? Ja, ich renne nochmal außenrum. Warte. Wie dieses Hundekind rausgeht, Alter, mit Alt-F4. Das war auf jeden Fall ein Bandit. Der hat ein Bandit-Outfit gehabt. Der hat nicht den ersten getötet. Siehst du ihn schon? Nee, ich sehe gar nichts. Ich bin jetzt auf der Rückseite. Da ist niemand. Der ist weg. Ist der hier vorne, wo ich bin? Ich sehe dich und ich sehe das Schaf. Und hier ist nichts weiter. Ich bin jetzt auf der anderen Seite. Auf der Rückseite. Ich bin außenrum. Ja, ich gehe jetzt vorne ins Gebüsch hier rein, wo er lag als letztes. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich gehe einfach. Wenn er vollt, hole ich ihn weg. Ja, ja. Ich bin natürlich mitten in der Pampa gespawnt. Warte mal. Der hat ein weißes Outfit angehabt. Ein Bandit-Outfit. Ja, habe ich auch gesehen. Wenn er hier zwischen dem Gebüsch ist, dann finde ich ihn locker. Dieser Hurensohn. Alt-F4. Wir müssten mal den Admin fragen, wer mit Alt-F4 ausgelockt ist. Ich glaube, das kann er sehen. Das Problem ist, weil er ist doch ausgelockt. Wieso haben wir ihn denn nicht stehen sehen? Normalerweise, wenn Spieler auslocken, sieht man sie trotzdem noch eine Minute stehen. Ja. Ne, ich sehe gar nichts mehr. Hier ist er aber nicht. Der ist hier niemals lang gerannt. Ich hätte ihn gesehen. 100%. Siehst du seine... Oh, hier ist ein Spieler. Alter, das bist du. Ja. Ich denke, du bist oben auf dem Berg. Nein, ich bin doch rechts rum gerannt. Habe ich doch gesagt, dass ich dir genau gegenüber bin. Wo ist denn jetzt unser Kollege, seine Leiche? Hier vorne. Ah, da liegt er. Ja, der hat von oben geschossen. Von da. Das kann auch eine M1014 sein. Die hört sich genau so an wie eine DMR. Ne, ne, ne. Eine M14 Aim, meinst du? Eine M1014 ist die Schrotflinte. M14 Aim hört sich genauso an wie die Dings. Wie die DMR. Ja, ich würde gerne irgendwie zusehen, dass ich wieder zu euch komme. Ja. Aber ich habe gerade leider keine Orientierungspumpe, weil ich mitten in der Pampa geschworen bin. Kannst du vielleicht hochgehen mal in den Admin-Channel und ihn fragen, ob er dich dann bei uns absetzen kann hier in der Nähe? Ich bleibe halt oben links am Berg erstmal hier. Ja, warte. Ich komme mal mit hoch wieder auf den Berg. Ne, das will ich jetzt nicht machen eigentlich. Ja, ja. Ja, aber wenn du zu weit laufen musst, ne, wir sind oben bei Checkpoint Shore, ne? Ja, wo bist du denn gespawnt? In Verto, also im Südwesten, irgendwo da in der Nähe. Ich frage mich gerade bloß. Wo ist Verto? Links, ach, pfff. Weißt du, wie weit du von uns weg bist, Alter? Naja, ich weiß schon, wie weit ich weg bin. Das Problem ist... Du, das schaffen wir niemals, dich zu treffen. Wir sind keine Gebäude. Ich bezweifle langsam ernsthaft, dass ich da irgendwo gespawnt bin. Weil hier ist nichts. Also ich bin mir absolut nichts. Wer zeigt manchmal falsch an? Sollen wir mal kurz die Aufnahme pausieren und dann sagen wir dem Admin mal, dass er dich mal hier absetzen soll. Das ist echt besser, weil sonst musst du echt zu weit laufen. Das ist totale Scheiße, Mann. Also wir sehen uns gleich wieder genau an dieser Stelle. Tschüss, bis dann. Tschö. So, unser Kollege hat wieder hergefunden. Und wir haben jetzt ungefähr eine Stunde, Stunde, 45 Minuten die Leiche bewacht. Er konnte sein Crab wiederholen. Und der eine, den wir beschossen haben, diese Mist-Sau, hat sich mit Alt-F4 ausgelockt und wird hoffentlich gebannt dafür. So, und wir sind trotzdem immer noch bei dem Auto drüben da gewesen. Oh Mann, da war eine Action, ey, krass. Und der Wagen sieht verdammt heile aus, ne? Jupp, dann... Alter, sollen wir das echt riskieren? Ich riskiere das jetzt. Warte mal, dann lass mich als erstes rüber schwimmen. Da gebe ich von drüben die Deckung. Und dann schwimmt ihr nämlich rüber. Ja, wir brauchen im Endeffekt ja nicht großartig was machen. Du brauchst ja nur mal gucken, was da drin ist. Ja, vielleicht den Wagen mitnehmen. Mal eine Runde fahren. Wir können ja hoch zur Stadt fahren, wo wir hinwollen. Und kurz davor setzen wir halt den Wagen wieder ab und steigen halt aus. Ist ja auch halb so wild. Weißt du, was ich meine? Ja, weißt du was? Die Stadt ist relativ nah. Das heißt, wenn du das Auto geholt hast, sind wir auch schon zur Stadt gelaufen eigentlich. Aber reingucken, was drin ist, wäre auf jeden Fall sinnvoll. Ja, ich schwimme mal rüber. Ja, aber das Ding ist, der Wagen sieht nicht so aus, als wenn er da abgestellt ist, dass da irgendwas drin sein soll. Das glaube ich nicht. Das ist, als wenn das eine Falle von diesem Pisser wäre, der sich ausgelockt hat. Ich meine, das Ding hat vier Räder, heile Scheiben. Ja, der sieht zwei aus. Das, was da kaputt sein könnte, wäre der... Engine. Engine, ja. Aber nur ein bisschen defekt vielleicht, aber so, dass er fahren kann. Vielleicht, ja. Alter, ich schwimme mal langsamer. Was geht hier ab? Er macht hier Zeitlupenschwimmen. Guck auf jeden Fall nochmal auf die Position, wo ihr meintet, der hat er ausgelockt. Guck du mal auch, Becky, ne? Gib mir mal Deckung. Ich bin drüben. Ich drehe mich immer links, rechts, links, rechts. Sehen auch keine Zombies hier im Auto. Nee, ich glaube, hier spawnen auch keine. Und wenn Zombies spawnen, dann spawnen sie immer in dem Gebäude drin und backen irgendwie raus. Ja. Da sind Zombies nämlich in dem Gebäude, die hocken da einfach nur. Und machen gar nichts. Ich würde nur mal interessieren, wo der Typ hergekommen ist. Ja. Das frage ich mich auch, Alter. Das fragen uns alle. Das fragen uns alle. Ja, der Engine ist ein bisschen orange und die Hülle, aber man kann fahren. Ja, du bewegst dich, ne? Ja, ja. Der Fagen kann fahren. Der Engine ist orange und die Hülle ist ein bisschen dunkelrot. Also leicht nur. Und Gier ist gar nichts drin. Wollen wir mit dem Wagen fahren, Stück? Nee, würde ich nicht sagen. Wenn wir nochmal angeschossen werden, ist das Ding nämlich ruckzuck kaputt und explodiert. Also entweder in die ganz grüne Karre, aber dann hätten wir auch das SUV nehmen können, was wir zu Anfang gleich gestanden haben. Ja, dann kommt mal rüber, Leute. Wieso sollen wir denn rüberkommen? Komm du wieder zu uns. Oder fahren von mir aus die Karre zu uns rum. Weil wir wollen ja hier oben weiter in die große Stadt. Da bei dir ist ja nichts weiter. Wir müssen doch... Wenn du auf die Map guckst. Warte mal. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind doch bei... Du bist jetzt nördlich von Prospero. Da, wo dieser Weg aufgehört hat. Wenn du auf die Map guckst. Fährst jetzt den Weg zurück durch Prospero durch und die Straße nach Norden hoch. Und wir sind dann links von der Straße, wo der Wald anfängt. Ach, ich bin da bei Prospero. Ach so. Ja, ja. Warte mal, dann setze ich mir da mal einen Punkt. Und dann fahr ich rum, oder wat? Ja, kannst du machen, wie du bist? Sieht man jetzt die Wegpunkte nicht mehr, die man setzt? Ach ja, weil ich kein GPS hab, ne? Doch, ich seh's trotzdem. Gut. Ja, du brauchst bloß ne Map, um Punkte zu sehen. Ah, ok. Ja, dann fahr ich mal rum. Dann hast du wenigstens ein bisschen Auto-Action gehabt. Ich hoffe, bis dahin...